Ich will. Ich will. Ich will. Unglaub, was ist los? Woher kommt ihr Schiss allein? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Art Alleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von woher kommt der Bischof? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin auf der Art in der Hilfe liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Bischofs nicht? Nein, ich bin im Wildpark Werder. Ich habe eine einzige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogung gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkampf. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steht 12 Kilometer vorm Stadtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Ach, Unsinn! Ach, Unsinn! Ach, Unsinn! Untertitelung des ZDF für funk, 2017